Ich schaute ihm zu, wie er nach Hause kam von einer Ski-Tour. Und ich sah per Zufall zum Fenster raus und sah, wie er seine Ski auf dem Autodach genommen hat und sie zusammengebunden hat. Nur mit diesen Tocco-Riemchen, die wir früher hatten. Möchtet ihr euch erinnern, die? Die Dicke so haben, die er sich ziehen konnte und der Mensch im Tor herum kapieren konnte. Genau mit diesen Riemchen hat er die Ski zusammengebunden und hat diesen grossen Fehler gemacht. Er hat die Ski auf den Puckl genommen, hat sich ins Haus getragen und kam mit diesen Ski auf. Ich dachte, das war vielleicht die letzte Tour für dieses Jahr. Dann machte er sich immer die erste Kuss in den Ski. Ich habe ihn per Zufall gesehen, ich habe per Zufall einen Spion ausgerufen. Ich schaue sonst nicht, aber das habe ich gesehen. Zu oberstem Stegenhaus hat er den grossen Fehler gemacht. Er dachte, er könnte noch eine Saison-Schlossfahrt durch den Stegenhaus. Jetzt hat er seine Tocco-Riemchen abgenommen, die Ski an Boden gelegt und mit den Schuhen reingestanden. Und die Gwender hat den abgegeben und kam dann oben runter. Ich habe ihn gerade gesehen, das ist die Unterlegende. Immer schneller und schneller und schneller und schneller. Auf die Karfing, weisst du? Auf die Karfing-Ski. Um die Bögen herum. Im zweiten untersten Stock war Frau Müller am Schuh putzen. Und ich habe gesagt, dass du wieder dick bist, Frau Müller. Hä? Gehst du nicht, wenn du einen Ski fährst, wenn du einen Ski fährst, wenn wir nachkommen? Er hat es ja schon noch gesehen. Er hat es ja schon, aber vermutlich zu spät. Das hat eine abnormale Klappe gegeben im Stegenhaus. Ich habe sie in der Wohnung oben gehört, weil die Tür ein wenig öffnet. Ich habe sie in der Wohnung oben gehört, Kesseln. Da bin ich sofort schauen und ich glaube nicht, was ich gesehen habe. Die Frau Müller ist ziemlich bewusstlos am Boden gelebt. Ziemlich. Ja, ich habe mit der Schuhe noch geschaut. Du, die ist ziemlich bewusstlos. Da dachte ich, jetzt musst du den Krankenwagen rufen. Und jeder Mensch in der Schweiz weiss ja, Krankenhautos zu stellen. Was ist denn von Nummer 1? 104. Ja, 104. Das habe ich auch gewusst. Aber Frau Müller ist übergewichtig. Ich habe 2,88 Euro. Sie sind sie mit dem Dreieinhalbtonner abholen. Haben sie bei uns? Könnt ihr schon lachen? Könnt ihr gerne? Haben sie bei uns ins Regionalspital gekippt? Also eingeliefert. Und einen Tag später haben die Ächtigkassen gesucht. Was hast du, oder? Ich habe extra noch Blumen gekauft. Blumenladen. Vorher hat es noch. Aktion Nelken. Nelken? Nein, Nelken hat es. Ich dachte, der schöne ist draus. Nelken für Frau Müller. Ich bin ins Regionalspital gefahren. Und an der Anhäufung vom Regionalspital hat mir die Frau gesagt, ich muss mich enttäuschen. Frau Müller, die ich wirklich besuchen kann, sei nicht mehr da. Nicht mehr da, weisst du? Ich dachte, vielleicht wird eine Wohnung frei. Sie sagten, nein, wissen Sie, es ist eben schlimmer, als sie abhängen. Sie sagten, Sie müssen nach Luzern ins Kantonsspital fallen. Ich mit meinen Nelken nach Luzern ins Kantonsspital. Dortin hat mir der Oberarzt gesagt, Frau Müller sei leider nicht mehr da. Das ist so schlimm. Sie sagten, Sie müssen nach Bern in die Insel fliegen. Fliegen? Möller, ich habe doch Flogen angst. Aber ich habe noch das Halbtags von der Bahn. Da dachte ich, wenn ich das Halbtags habe, dann hätte ich einen halben Tag gut verloren können. Sie haben bis nach Bern. In Bern im Insel steht auch der Chefarzt persönlich gesagt, Frau Müller sei nicht mehr da. Es sei so schlimm, Sie haben das Porzellan-Syndrom. Ja, das sei, wenn jemand nicht alle Tassen entschreibt. Er hat gesagt, Sie müssten nach Münsingen in die Psychiatrie verlettern. Und Sie haben geholfen, dass Sie sich im Stegen aus von einem Skifahrer in der Bergung ist. Das ist ein Sieger. Das ist ein Sieger. Ich habe das eine Erste, in der Bergung ist. Das ist ein Sieger.